ich erzähle dir doch nichts neues die labern und labern ey Thomas bring doch deinem Markt mit zum 24. März zum Drakenberg übernächste Woche so ab 19 Uhr ich sitze hier noch in der Taverne zur Toten Harpje hier ist auch nichts los dauernd labern die naja wir sehen uns am 24. März bis dann wird sich das jemals ändern auch nicht gerade sauber hier